Stein, einer der wichtigsten Rohstoffe. Damals, heute und in Zukunft. Straßen, Schienen, Häuser, wie wir sie kennen, all das macht Stein möglich. Wir haben uns voll und ganz diesem Rohstoff verschrieben. Wir sind die Mineralgruppe. Eine innovative, internationale Organisation mit Standorten quer durch Europa. Ein verlässlicher Partner für unsere Kunden. Uns zeichnen nachhaltige Investitionen aus. Moderne Prozessoptimierung durch Digitalisierung und Automatisierung. Was uns aber ganz besonders ausmacht, das sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Garant für Qualität. Wir bieten ein breites Spektrum an interessanten Berufsbildern mit enormem Entfaltungspotenzial. Langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen teilen ihre Erfahrung mit motivierten Einsteigern. Zusammenarbeit auf Augenhöhe, flache Hierarchien und ein sympathisches Betriebsklima. Unser einzigartiges Trainee-Programm ermöglicht Berufseinsteigern und Einsteigerinnen, Expertenmentoring und die Möglichkeit, international verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen. Für ein perfektes Zusammenspiel zwischen Mensch, Maschine und Natur sorgen unsere digitalisierten Workflows. Bestes Beispiel – automatisierte und vernetzte Aufbereitungs- und Verladeanlagen. Innovation, Forschung und Weiterentwicklung liegt in unserer DNA. Wir bleiben nicht stehen und bleiben unseren Werten treu. Unser schonender Abbau erfolgt im Einklang mit der Natur. Wir bündeln unsere Kräfte, um möglichst energieeffiziente Produktionsprozesse zu gestalten und aktiv unseren CO2-Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren. Gezielte Rekultivierungspläne sind ein grundlegender Bestandteil unserer Steinbrüche. Wir agieren vorausschauend und erschließen nach Auflassung natürliche Erholungsgebiete für Fauna, Flora und den Menschen. Wir investieren aktiv in die Technologien und Prozesse der Zukunft. Gemeinsam nachhaltige Lagerstätten sichern. Gemeinsam Innovation verfolgen. Gemeinsam auf Aus- und Weiterbildung setzen. Gemeinsam sind wir die Mineralgruppe.